weiter geht es mit der nächsten runde Delta Frost Zugangscode Black Viking geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 0.1 Price, danke für den Tipp wegen Kingfish übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt die sollen sich hinten anstellen Volk, Makaros Bombenbauer ist in Paris wir müssen handeln bevor er untertaucht und ich schaffe das nicht ich kann nur dir das anvertrauen dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Fregator Industries verflieben ich besuche ihr europäisches Hauptquartier französische Sondereinheiten haben Volk gefunden die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt wird aber festgenagelt und wir sollen sie entnageln? kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend festnageln, entnageln ok dann lass es sein 595, Zivilisten im Lohre sind tot fordere Dekontaminierungseinheiten und Sanitäter an 595, hier Overlord negativ auf wenigstens ist es kein Zombie-Bombe oder die Argument in diese Richtung und bewegen Sie Ihr Team aus der Wolke hier ist noch alles vom Chemieangriff verseucht die Masken auflassen wir sind jetzt in Bewegung damit ich mir die jetzt selbst einfach absetzen könnte viel Glück hier liegen noch mehr ne, glaube ich auch nicht Sollen wir hier runter? ne Wurde grad schon springen aufpassen oh Soll 1, passen Sie auf die GIGN erleidet schwere Verluste die halten nicht mehr lange durch Beeilung, sonst starten Sie es nicht mehr zum Treffpunkt stellen Sie mich durch versuchen es schon Wie lange genug? 3 Minuten halten Sie Ihren Perimeter wir sind fast da Verstöne Beunung bitte los jetzt Tier entlang Bewegung Müsste ja ja aus irgendwelchen Gründen war das schlau dass man das gemacht hat Ihr wollt auf der anderen Straßenseite Halt los die Truppe runter ach das war Quench wo kommt der denn schon wieder her? Was ist die denn? Okay das war ein Gegner Ich dachte die Folge ist gerade wieder Grinch oder so Einfach reinrennen und bringen das gibt es nicht Nicht auf der schwieriger Stufe Auf der leichtesten geht das vielleicht aber nicht Auf der leichtesten geht das vielleicht aber nicht Habe ich Ups Karte Habe ich Und dann kommt hier ein Panzer Runter da Da unten warten nur 6 Gegner auf dich Keine Sorge Runter da Da unten warten nur 6 Gegner auf dich Das war jetzt mal so die altmodische Art Das war jetzt mal so die altmodische Art Ellers Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Jetzt kriegt sie es doch immer hin Türen überprüfen! Das Restaurant ist am Ende dieser Straße! Sabre, hier ist Sandman! Feuer im Norden einschränken! Wir kommen durch! Verstande! Ja, dann mach's doch auch! Das ist ein Willkommunarmenblick! Das ist die G.I.G.L. Alle, alle! Sind das alle? Hey, Krupa! Jetzt sind wir noch gewesen, jetzt kommt Bomben hier rein, du Knallnze! Jetzt sind wir uns alle weg! Wo ist Volk? Die Russin ab in fronte Kodakumben, außer einem chemischen Angriff durchgeführt. Volk ist wohl noch dort! Wir gehen zurück, wo geht's lang? Overlord, hier in Metal 01! Zwei, die Krupa! Sind zur Position der Zielperson unterwegs! Jetzt wird nicht mehr nachgeladen! Ist das ein Laptop? Oder? Das ist ein Laptop! Das ist ein Laptop! Wir müssen den Hof durchqueren! Wir müssen den Hof durchqueren! Wir müssen den Hof durchqueren! Los, los, los! Rück hervor! Los, los, los! Verkippen wir aber! Auf unsere Treppe! Wo? Ach, da? Ja! Okay, cool Leute! Ich muss ganz kurz nachladen! Heizet einen Moment durch! Ich schaffe das doch alleine ohne mich! Sonst auch nicht erlebbar! Ich muss ganz kurz nachladen! Vielen Dank für die Geduld! Sie hat einfach sicher das schwierige MG schnappen müssen! Okay! Übern Sie, es reicht! Das fühlt sich aus! Das macht ihn nur da drüben! Das macht ihn nur da drüben! Die Luft! Wie viele sind es? Sieht nach ganz Moskau aus! Wir werden Luftverschützung raus! Vor allem! Hier mehr! Ganz Moskau! Vor der Feuermission an! Verstanden Metal 01! Auf 12.000 Fuß im Orbit positioniert! Voll Ladung! Markieren Sie Ihre Ziele! Abgefeuert! Verbündete Einheiten in der Nähe! Das war eigentlich gar nicht so schlecht geboten! Die Kasse runter! Los jetzt! Auf die Position erreicht! Bereit für Ziele! Ups! Das hätte weiter fliegen sollen! Das ist in Ordnung! Das ist noch okay! Ich habe getroffen, was ich wollte! Ja! Sensor wieder aktiv! Bereit! Die Kasse runter! Die Kasse runter! Ziel bestätigt! Bereithalten! Jetzt! Deine Kasse runter! Ah! Was ist nach?! Hier hast du Commonschafft? Glockenzi�! Jetzt! Ah, der ist weg. Die leeren noch nicht. Hm, da kommt ganze Luftschläge. Das ist auch zu tun. Auch schon. Ich bitte die Erde direkt dort stehen lassen. Wir sind fertig. Der Reingang ist da vorne. Joingang. 1, mein Treibstoff geht aus. Brauche 10 Minuten zum Nachtanken und Nachladen. Over. Verstanden. Danke für die Hilfe, Warhammer. Hier ist Rüben. Der Reingang ist für den Katakomben. Was ist denn? Ich höre zuerst da. Ich schwebe. Kann ich Leiter nur benutzen, wenn man eine F drückt. Überprüfe auf Gifte, Moment. Ist das jetzt wichtig? Keine Kontaminierung in diesem Bereich. Masken absetzen und Augen offen halten. Boah. Also, die ganze Zeit haben wir eh schon über die Masken gekämpft. Warum ist das jetzt wichtig, dass man sich jetzt absetzt? Ich meine... Sie wissen doch eh, wie man jetzt damit umgeht. Nur nach dem Motto. Metal 01, Blue Force Tracker hat ihre Position eingeloggt. Wir sind in der Katakombe. Wir sollten zur möglichen Zielposition sorgen. Verstanden 01, wir schicken eine Ranger Einsatzgruppe an ihre Position. Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchtsignalen, damit Sie sie finden. Jo, mach mach. Stimmt. Mal 01, Ende. Alles gesichert. Robert. Ich denke nach Scheiße, ja und... Müssen wir hier hin? Doch. Wo ist der Rest der GFN? Die Kaserne bei Saturie wurde letzte Nacht von einem Chemischlag getroffen. Die Meistern starben in Minuten. Ein Freund von mir war ein Satur. Die ist auch verrückt. Der Boss. Dann werde ich sagen. Zeig ihn mir. Diesen Volk. Wir benötigen. Wachsam bleiben. Mann, man kann nicht an dem vor. Der Kenner. Hier in Dorn? Die Krillreiche liegen hier oben geraten. Keine Ahnung, aber wir werden uns nicht dazu gezeigt. Die Gegner Mein Gegner Da ist der Snaptop Vielleicht sind auch wichtige Informationen über Makarow Da lebt noch einer Da dachte ich, die Aktionen waren jetzt richtig geil, wie ich dann so vorstimme, alle nacheinander weg schieße und dann Moment, diesmal kriege ich den hier vom Neckern Hab dich Ha, ausgetrickst das Spiel, ich fahre gar nicht in der Nähe Nein, denken Sie daran, dass wir Volk Leben brauchen Er hat die heiß gebrauchtbaren Informationen über Makarow Los, los, los Jetzt aber nochmal, diesmal in richtig Er will die Leiter hoch Wo bist du? Ich kriege dich! Du kannst mir nicht entkommen Ich bin in den grauen Wagen Ich bin in den blauen Bulli Ich bin in den blauen Bulli Ich bin in den blauen Bulli Dann los, ich gebe Deckung Ha, wenn das Kai nicht getötet wäre Ble Graben Nun kann ich da nicht schießen Ha, ha, ha Ich brauche dich ja hin Rännliche Panzer kommt aus der Gasse Yo, tötet mich halt einfach so schmach Okay, ich hatte nur ein Panzerform und bin einfach so schmach Aha, schon wieder Der Panzer kommt aus der Gasse Auch du? Ey, ich gebe auch mal Gas Hm Die Sache mag ich ja, Korf tut immer noch nicht Oh, das ist eine Vierde Oh, das ist eine Vierde Oh Oh Der hält ein bisschen was aus Wieso wieder? Er hat noch nie aufgehört Oh Jawohl Habe ich auch nicht in den Ina bis ich nachher sitze hin Jo Oh 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 Ich will auf den Fahrer schießen Wir müssen ihn gegen kriegen, wir dürfen keine einzelnen Kugel vielleicht auch auf sein Bein schießen Wir können aber das Auto tausend mal überschlagen lassen, dass man ihn in irgendeinem Gegend abgibt Hier, Metal 01, Treffer, Volk ist gesichert Kleiner Hohenzohen Bringen Sie ihn zur Befragung rein, wir holen alles aus ihm raus, was er über Makarov weiß Truck, wir haben Volk, sind unterwegs Verstanden, Raptor 2, wirft den Motor an Treffer, irgendwas schon